Feuere Jo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jet. Ich bin bei Du und ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das spielt. Äh, spielt ist gut, guckt. Und ich hab in dem gestrigen Stream, wer ihn gesehen hat, einen weiteren Landeplatz gebaut für Jets. Hier, was heißt Jets für Flugzeuge? Er ist noch nicht besonders spektakulär, aber er hat eine Bodenfläche und er hat, äh, ja eine Markierung, das war auch noch Bedingung. Und, ja, und hier sind unsere beiden Hangars. Hier ist einmal meine F-22, auch gestern aus dem Stream, das ist ja Bastis Harrier. Und ja, mit der F-22 kann man hier starten. Und das Landen war gestern, äh, ein bisschen tricky. Wer es verpasst hat, gerne reinschalten. Jetzt ist die Frage, reicht uns das für den Kampf morgen? Und vor allen Dingen, ist da genug Power drin? Ist da, ähm, also, was haben wir für, für, für Waffen? Wenn wir uns das mal durchschalten, wir gehen da jetzt mal rein und wir gucken mal, was es gibt. Das ist die Vulkan, das ist wahrscheinlich, und ich gehe mal sehr schwer davon aus, dass das das normale Maschinengewehr ist. Dann die Sidewinder, mhm, das sind wahrscheinlich normale, wir können mal parallel dazu googeln. Die Sidewinder sind wahrscheinlich normale Raketen, die irgendwie, äh, wahrscheinlich, bestimmt, ja, das sind normale Raketen. Dann haben wir die Amram, das sind bestimmt, okay, sind das die Zielsuchende? Die suchen, also, wir müssen auf jeden Fall Luftzielsuchende haben. Die Amram sind, 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 sind. Ein Amram, gucken wir mal schnell. Ein Amram, Medium Range, Air-to-Air Missiles. Die Amram sind auf jeden Fall Luft-zu-Luft. Das heißt also, damit werde ich wahrscheinlich die anderen Leute runterholen müssen. Mal gucken, was die noch kann, ob die noch Zielsuchend ist oder so. Da finde ich jetzt gerade nichts zu. Wie viel hat der denn? Da ist der Parachute-Slot. Okay. Dann die GBUs, SD, was auch immer das schon wieder ist. GBU, also die, die Amram sind auf jeden Fall schon mal die, die Luftflug, also die Sachen zum Luft-Luft. Gut, das ist eine, die GBU ist eine, eine gelenkte Gleitbombe, warte mal schnell gucken. Verteidigungsministerium, bla bla bla, Boeing, Lockhe, ist in der Lage, mobile Ziele wie zum Beispiel Panzer auch unter schlechten Witterbedingungen zu bekämpfen. Sie übernimmt die Aufgabe der eigentlichen Zielordnung. Das heißt also, eine Zielortung von, ich denke mal, Boden. So, und dann gibt es noch das Spot-Hediplane. Da weiß ich wieder nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich nur eine Anzeige. Also, und die M6, wir schauen jetzt nochmal nicht, dass ich mich da vertue. Ich kann mir jetzt so schlecht vorstellen, dass ein, oder hat ein Jet doch, der bestimmt die Maschinengewehr an den Seiten, ne? 6A1. Vulkan, ich wette, jetzt kriege ich bei Google aber jetzt nur noch Waffenvorschläge. Oder ich bin schon sowieso, ja, das ist ein Maschinengewehr. Schön. Also, das sind die ganzen Sachen. Schauen wir mal, ob wir die Munition hier sehen. Ach ne. Können wir die auch erst dann sehen, wenn ich die nachgeladen habe? Hat Basti seine Sachen schon alle geladen? Also, ich, warte, wir gucken da mal rein, weil Basti. Da, er hat schon mal Rockets nachgeladen. Okay. Zeit war ihn dann nicht. Ja, noch ein paar andere. Okay, gut. Okay. Mein Jet sieht so nackt aus, oder versteckt der das irgendwo anders? Soweit ich das in den Bildern sehe, kommen hier eigentlich die Raketen an den Seiten. So, aber egal. Das Ding ist ganz witzig. Ich bin damit gestern noch ein bisschen geflogen. Wer das verpasst hat, sollte bitte die Stream-Zusammenfassung nachschauen. Ganz einfach. Eisen haben wir auch genug. Redstone auch und Gunpowder eigentlich auch. Also, ich glaube, für die Aktionen am Freitag brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Was jetzt noch schön wäre, wäre wieder einen schönen, coolen Helikopter für irgendwelche Kampfattacken. Oder aber wir bauen uns mal noch so einen kleinen zweiten Panzer. Da hätte ich nämlich auch Lust zu. Denn kann ja nicht sein, dass Basti nur einen Panzer hat. Ich hätte gerne auch einen. Und daneben ist ja noch Platz für eine kleine Panzergarage. Oder man baut noch einen Jet. Aber wie gesagt, ich habe zwei Flugzeuge und bin damit mehr als glücklich. Warum soll ich noch mehr Jets mir kaufen? Weil eigentlich habe ich da keinen Bedarf. Aber ich habe noch was mitgebracht. Und zwar Sugarcane. Und wir müssen mal ein bisschen, ich sage mal, an die Basissachen gehen, die wir in Minecraft immer brauchen. Wie zum Beispiel halt ein Zauber-Verzauberungstisch. Ein, ja, all das halt. Ich könnte mal... Jetzt habe ich nicht mehr genug XP. Ich hatte mal 42 XP. Dann bin ich gestorben. Aber ein Verzauberungstisch wäre ja schon mal nichts verkehrt. Ich sage, hier ist auch noch ohnehin eine Kohle drin. Aber dafür brauchen wir erst mal Zuckerrohr. Also irgendwie fehlt uns so ein bisschen Basic Stuff. Von Katze, der war ganz lieb, hat mir eine Unbreaking Diamond Pickaxe gebracht. Mit Fortune drauf. Das heißt, wenn wir noch mal Farmen gehen müssten, wäre das doch um einiges schneller als sonst. Ja, so jetzt gucken wir mal, welche Größe hat Basti eigentlich für deine Garage gewählt. Ich denke, da orientieren wir uns auch dran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun in der Breite. War hier neben. Oder hat er hier schon angefangen? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Oh, er hat schon angefangen. Okay, das ist doch super. Und Tiefe? Tiefe von hier aus gesehen. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf, warte, vier, zehn, fünf, siebenzehn. Ups. Siebzehnertiefe. Und dann Gib ihm. Das sieht aus wie wieder jede Menge Fleißarbeit. Also Katze hat mir eine Fortune Spitzhacke gegeben, weil er mich lieb hat. Und ein paar Dias. Deswegen bin ich halt für Freitag schon so gut vorbereitet. Normalerweise müssten wir jetzt irgendwie in eine Mine gehen und noch jede Menge Dias farmen. Aber weil Katze jemand ist, der mich immer gerne unterstützt. Ja. Finde ich das super, super lieb von ihm. Und hab's jetzt halt ein bisschen leichter für den Kampf. Und ja, und dann geht's ja schon in die dritte Woche fast ab Sonntag. Ja, da kriegt ihr ja noch das Video von dem Kampf, der im Übrigen also dann morgen stattfindet für uns als Aufnahme. Je nachdem wie er ausgeht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich versage oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich müsste eigentlich so ein bisschen schießen üben mit dem Jet. Aber ich hab auch so ein bisschen Sorge davor, dass ich mit dem Ding hier einfach abstürze und das ganze Ding im Arsch. Und dann ist meine ganze Vorbereitung für Freitag kaputt. Ich denke, ich werde das im Singleplayer ein bisschen üben müssen. Und dann mal schauen, wie der sich so verhält. Man kann ja eine Barrel Roll machen, ob man richtig krasse Flugmanöver damit auch durchführen kann. Oder eben nicht. Das Problem, was ich noch habe, ist, dass die Welt meiner Meinung nach ein bisschen zu langsam generiert. Wir gucken mal. Ich hab doch Optifine drauf. Das ist eigentlich okay. Vielleicht können wir noch irgendwo die Dings einstellen. Die Geschwindigkeit von der Welt. Loadfar. Ja, soll er machen. Bitte. Damit ich das habe. Junk Updates. Faster World Loading. Neuer FPS. Das ist egal. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Fast Math. Optimize Sin und Cosimus Funktionen. Ja, mach doch halt. Fast Render. Das ist doch egal, oder? Hier kann man auch anmachen. Smooth World. Was war das? Ja, das ist mir egal. Preloaded Chunks wäre noch ganz gut. Auch ein paar mehr. Dynamic Updates auch. So. Und vielleicht, vielleicht ist es jetzt besser, wenn man fliegt. Wenn ich mich irgendwo hinbegebe. Jo, das war gut. Na. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Mit der Cessna, als ich gestern geflogen bin, war es ja auch nicht so einfach. Aber so ist das halt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, wie tief hier die Garage muss. Scheiße. Bei Louis und Zahlen merken, ehrlich. Also eigentlich bin ich da ganz gut drin. Zumindest in der Firma. Aber nicht morgens um sechs. Und vor allen Dingen nicht, äh... Während ich dann wieder abgelenkt bin und was anderes mache. Oh, ich dachte hier wäre alles Stein. Schön. Ist es nicht. Das heißt, unsere... Wir könnten eine Schneeballschlacht mit anderen Leuten machen. Gibt es nicht einen Schnee-Harrier oder so? Also extra ein Flugzeug, was im Schnee gut fliegt. Vielleicht sowas. Und ich brauche auf jeden Fall noch so eine, äh, Anti-Boden-Boden-Rakete. Womit man Leute mit dem Raketenwerfer umnatzt. Das wäre was. Also Basti wegschießen mit dem Raketenwerfer. Wie viel Platz war das denn nochmal nach hinten hin? Ich denke die ganze Zeit nach und denke so... Ah, wir hatten es doch gezählt. Mann. Immer vergesse ich das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Das ist auch eine blöde Zahl. Hätte nicht 20 nehmen können, das hätte ich mir besser merken können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, noch drei, vierzehn, noch drei. Dann sind wir jetzt bei fünfzehn, sechzehn, siebzehn, da wo die Steinwand kommt, ist das Ende. Okay. Es wäre cool, wenn man noch ein paar mehr Blöcke hätte zum Thema Maschinenbau und so. So diese Factory-Blöcke. Ihr kennt die aus verschiedenen Mod-Packs. Und mit einem Chisel dabei. Da hätte man halt aus der Base eine richtige moderne... Na ja, was heißt moderne? Also man hätte eine bessere Kriegsbase rausbauen können. Das hätte ich, glaube ich, noch ganz cool gefunden. Aber das fällt mir jetzt erst ein, wo das Projekt halt schon mittendrin ist. Hätte ich vielleicht Spark vorschlagen können. Aber das ist leider ein bisschen spät. Ich könnte das mal noch reinschreiben in die Konfi. Sehr bestimmt nicht schlecht aus, wenn man hier diese Ventilatoren und was es da alles gibt. Diese Factory-Blöcke haben ja viele verschiedene Skins. Und dann könnte man vielleicht auch noch eine richtig witzig auftechnologisierte Base reinhauen. Das ist nur die Frage, ob Spark da Bock zu hat oder lieber nicht. Vielleicht kommt das im nächsten Pack. So in... Ich weiß gar nicht, wann das nächste startet. Kommt bestimmt bald. Wir warten nur noch selber noch auf die Infos, was als nächstes kommt. Ich bin schon gespannt. Ich bin gespannt. So, die ganzen Sachen, die nicht Schnee sind, möchte ich auch gerne behalten. Weil so eine Schneegarage wäre auch witzig. Das ist der Unterstand. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stein. Da habe ich aber jetzt einiges schon brennen lassen. Und das bedeutet auch, dass der Boden hier raus muss. Nur nicht zu tief. Es ist so, dass jetzt als nächstes in der Woche, also die Woche jetzt nach dem finalen Jet-Kampf, ist das neue Thema Wasserkampf. Das heißt also Schiffe und Co. Da haben Basti und ich halt nun mal ein ganz kleines Problem. Weil wir halt uns hier hingesetzt haben, wo kein Wasser ist. Die Frage ist jetzt nur, fliegen wir da wirklich jedes Mal hin und machen eine äußere Base? Oder machen wir einen unterirdischen Tunnel mit Schienen dahin? Oder ich weiß auch gar nicht, wo das nächste Wasser ist. Warte, wir haben doch die Minimap. Wir gucken mal. Wir sitzen. Hier sind wir. Da ist, ach du Scheiße, das ist glaube ich Sparks. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Helis, eine coole Landebahn, um die Ecke sogar gebaut. Da ist ein Villager-Dorf. Ich glaube, wir müssen, oder ist das da Sparks? Ich weiß gar nicht, wer gerade wohnt. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwo ans Wasser kommen. Und ich denke, wenn ich das jetzt gerade mal von uns so sehe, ist diese Bucht hier ziemlich gut. Das bedeutet aber jedes Mal, mit dem Jet entweder starten, darunter fliegen, oder aber mit dem Heli darüber fliegen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nicht mehr so viel. Aber ich habe eigentlich mal gerade Lust, mir die Bucht da unten anzugucken. Ob die was für Basti und mich ist. Leider haben wir im Moment ja nur noch Schrott-Helis. Ich hätte gerne wieder einen schnellen, starken Heli, aber egal. Wir fliegen da jetzt mal hin. Und dann muss ich Basti die Stelle halt noch zeigen, ob die ihm auch gefällt. Ob das eine gute Idee ist, oder ob er sagt, nee, das ist eine blöde, blöde Stelle. Der Erkundungs-Heli, das Gute an dem Erkundungs-Heli ist einfach, dass man eine wunderschöne Aussicht hat. Bei den anderen ist man halt sehr eingeschränkt, was das angeht. So, das wäre hierher und dann geht das hier in die Bucht. Guck mal, so weit ist das gar nicht von uns. Ich würde halt sagen, hier unten ist eine mega gute Stelle für einen Hafen mit Kampfschiffen. Das ist erstens ziemlich cool geschützt. Fliegt mal nochmal eine kleine Runde. Und wir haben Anschluss an das große Meer hier. Wir haben einen kleinen Rückzugsort. Ja, hier ist also im Prinzip so die Bucht. Das sieht halt voll cool aus. Wenn man viel, viel mehr Zeit hätte in diesem Projekt, könnte man da wirklich, wirklich was richtig Geiles draus machen. Sondern würde hier, entweder hier oder da, unser kleiner Hafen entstehen. Das wäre doch super witzig. Ja, das muss ich Basti zeigen. Ich hoffe, das gefällt ihm. Ich denke mal, das wird ihm gefallen. Ich sollte das vielleicht mal fix markieren. Hier, New. Ähm, Hafen. Das war jetzt noch nicht fest, aber ich denke mal, dass das klar geht. Ne? Sieht geil aus. Die Frage ist halt nur, also, oh, 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 shit. Alter. Heli fliegen ist im wahren Leben gar nicht so einfach, wie es hier in Game ist. Ich glaube, Jet fliegen auch nicht, aber... Es ist lustig. Also hier, das Jet fliegen auf jeden Fall. Einziger Nachteil ist, wir könnten halt jedes Mal auf dem Weg dahin abgeschossen werden. Aber es sind auch nur 120 Blöcke. Vielleicht mache ich doch irgendwas Unterirdisches. So ein Gang dahin oder so, einfach zur Sicherheit. So, müssen wir nur landen. Und während ich hier lande, kann ich schon mal die Folge abmoderieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute in der Folge. Wir haben ein bisschen was, ähm, besprochen. Wir haben den neuen Hafen erkundet, den wir ja wahrscheinlich, ähm, so nehmen werden. Ich denke mal nicht, dass Basti da was gegen hat. Viel Alternativen haben wir eh nicht hier in dieser Situation, wo wir gerade sind. Und wenn wir dann uns da niederlassen, wird das bestimmt lustig. Ich hab doch überhaupt gar keine Ahnung von den Schiffen hier, geschweige denn vom Schiffbau, äh, Schiff, ja, gestalten. Also malen nach Zahlen, hätte ich fast gesagt. Also wie wir den Hafen bauen sollen. Auch da gibt es bestimmt technische Vorgaben, was da so sein muss und was eben nicht. Aber, Leute, das war's. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann, ja, entweder in dem Stream wieder oder vielleicht zur nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Guckt bei den anderen Teilnehmern vorbei. Die sind ja auch alle verlinkt in der Videobeschreibung. Und bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.